Ja, hallo, heute Tag 6, wir sind immer noch auf unserer Tschechien-Tour, heute in einem Ort, der heißt Koruba, Koruba, glaube ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, es ist bitterkalt geworden, ich stehe hier gerade draußen vor unserem Nightliner und in dem wir heute eigentlich den ganzen Tag verbracht haben, so wie auch gestern, weil bei der Kälte hat man nicht unbedingt Lust rauszugehen und wir spielen heute auch hier in einem Eisstadion, also auch bitterkalt, aber der Uli, unser Backliner, hat uns diesen tollen Film hier mitgebracht, Long Way Round mit Hugh McGregor und Charlie Borman, zwei beste Kumpels, die mit zwei Motorrädern um die ganze Welt fahren zu fangen an, London, fahren über Deutschland, Tschechei, den ganzen, ganz Asien durch, fliegen dann nach Alaska und sind dann nach wie vielen Tagen, 100, 115 Tagen und hier steht es fast 20.000 Meilen, kommen sie dann in New York an und erleben wirklich unbeschreibliche Dinge mit dem Motorrad, also wirklich, schaut euch diesen Film mal an, für alle Motorradfahrer ein Muss, wie ich finde, und jetzt, bevor ich mir den Arsch abfriege, gehe ich mal wieder ins Nightliner, tschüss. Wie dieses Plätzchen, ja, guck mal jetzt. Geil, hier Nachwuchs, Eis-Hockey-Nachwuchs. Ich kenne schon ganz schön die Sache, die Jungs. Wie erzählen die denn wohl? Ja, die Tschechen sind ganz gut im ICP, ne? Ja, das ist super. So man schön, fangst es wohl an, äh, Jugendarbeit. Was ist das denn? Ich kenne es, wenn ich es so checken. Ja. Wolle, ich weiss, ich greife. Ja, ich who weiß, ich nous. Ja, ich weiss, das ist, weil ich mich schon gemacht habe. À haar hat das ist nicht so begeistert. Ja, smelling okay, tackle ich mir dran. Ja,ional Danke. Ja sagt mir nur zur Zeit. Ja geht's. Ja geht's. Ja, das istあっ vor, König. Ich spiel ab, Junge. Weißt, der Puck ist schon lange weg, aber hauptsache noch ein Bodycheck. Ja, ich geh wieder in den Bus.